Okay, guten Morgen, versuchen wir es so. Also folgendes, ich wollte jetzt gerade in Livestream gehen und Livestream funktioniert halt jetzt nicht mehr. Es gibt neue Voraussetzungen für den Livestream und zwar geht es halt darum, ihr müsst mindestens 1000 Abonnenten haben. So, ihr seid gefragt, ihr müsst mich jetzt auf 1000 Abonnenten bringen, damit ich dann endlich mal einen Livestream machen kann. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich da mega krass unterstützen wollt. Ich bin jetzt seit drei Jahren, mache ich jetzt dieses Konzept und lebe dieses Konzept jeden Tag und liebe dieses Konzept jeden Tag. Ich nehme dieses Konzept jeden Tag und ja, lebe von diesem Konzept. Und zwar freut ich mich sehr, dass ihr ganz, ganz viele Challenger seid und halt auch mega, mega erfolgreich seid mit dem, was ihr schafft und macht. Und ich finde es halt auch super gut, dass wir immer wieder neue Conventions haben, neue Veranstaltungen, die wir von Juice Plus veranstalten. Wir sind jetzt seit, also ich bin jetzt seit drei Jahren dabei. Die Firma gibt es seit 50 Jahren unter dem Namen JP. Bzw. Juice Plus gibt es die jetzt seit, sagen wir mal seit, genau, 25 Jahren. Genau, ab 2019 war es 25 Jahre und, also ihr könnt ja rechnen, wie viel das dann ist. Auf jeden Fall. Auch seit 25 Jahren ist die Firma ein Grundstock von vielen Leben im Endeffekt und sehr, sehr viele Leute sind damit begeistert. Ich bin jetzt seit drei Jahren dabei, mache meine Challenge auch immer wieder und habe dadurch auch gut abgenommen, habe mich super oder fühle mich halt mega wohl damit. Ich habe halt sehr, sehr viele Leute kennengelernt und freue mich halt immer wieder, euch neu dazu kennenzulernen zu dürfen. Gestern hatten wir eine geile Convention und zwar eine richtig kleine, ganz petite Veranstaltung und zwar war die hier in Köln und zwar die BYB. Ich habe auch einige Posts bei Facebook reingesetzt und bei Insta und so weiter und so fort. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut einfach mal bei Insta vorbei und würde mich mega freuen, wenn ihr mich dann irgendwann mal auf 1000 Abonnenten bringt. 2020 ist immer näher und bald geht es nach Dubai und zwar nächstes, nächstes Jahr hat man die Möglichkeit, in die allergrößten Mendeffekte bei uns im Team haben, die Möglichkeit nach Dubai zu fahren. Von denen stehen schon jede Menge fest, weil die halt schon extremst viele Kunden und Partner und so weiter in ihrem Team haben. Und ihr könnt mich damit unterstützen, wenn ihr wollt im Endeffekt, dass das halt so weitergeht und dass ich weiterhin mit euch meine Challenge betreibe oder beziehungsweise wir beide zusammen eine Challenge betreiben, dann meldet euch doch einfach bei mir. Ich werde jetzt heiser, warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht liegt es am Wetter gerade. Ich muss mir auf jeden Fall ein paar Gemüsekapsel noch mal reinziehen. Und mein Lift, jeden Morgen Lift, es bringt mehr Energie, es gibt mehr Kraft, es gibt nicht das, was der Körper braucht. Und bei den Gemüsekapseln ist es genau dasselbe. Man fühlt sich mega wohl und man entspannt, man kriegt eine entspannte Haut. Man ist nicht gestresst oder beziehungsweise Stress geht halt flöten. Bei den Omegas ist das genau dasselbe. Omega 3, 5, 6, 7, 9 und vieles, vieles mehr, der der Körper halt mega braucht. Und dann halt zugesetzt werden muss. Weil ihr wisst ja, es gibt gerade sehr, sehr viele Menschen, die denken halt, sie würden sich gesund ernähren. Aber das tun sie nicht. Nur unser konventionelles Essen oder nur unser Bio-Essen mit Pestiziden, Herbiziden und Fungiden und so weiter führt dann dazu letztendlich, dass wir halt immer mehr auf Allergien krass reagieren. Und deswegen gibt es eine Lösung. Es gibt unsere Kapseln im Endeffekt dafür, unsere Power Caps und vieles mehr von unserem Konzept. Da gibt es halt ganz, ganz viele Studien und so weiter. Also sehr, sehr viel Info, Input, was ich euch geben kann im Endeffekt. Wenn ihr Bock habt, mehr darüber zu erfahren und ihr Neulinge seid und mich jetzt hier gerade zum allerersten Mal seht auf YouTube und mich unterstützen wollt in dem Sinne und euch auch unterstützen wollt und euren Buddy und eine Summer Challenge zum Beispiel mit mir machen wollt. Also jede Menge Sachen auf einmal. Aber ich dachte mir, machen wir jetzt gerade diesen Aufruf, weil es ist jetzt seit drei Jahren her, seitdem ich jetzt angefangen habe, ist es ein Kommen und Gehen. Ich werde dieser Firma aber immer treu bleiben. Ich fühle mich mega wohl mit den Produkten. Ich fühle mich wohl mit den Menschen, die dabei sind. Und es ist halt eine richtig, richtig geile Company. Egal, was man so alles Mögliche hört und Sonstiges. Es ist immer schwierig, die Leute dann zu überzeugen, zu sagen, oh ja und wie auch immer. Aber ihr werdet sehen letztendlich, wenn ihr es für euch nutzt im Endeffekt und wenn ihr halt aus dem tiefsten Herzen halt auch positiv denkt und so weiter, dann werdet ihr es halt euer Ziel auch erreichen und werdet auch im Endeffekt mega glücklich sein. Ich fühle mich mega wohl mit allem, was ich da tue, auch seit sehr, sehr vielen, vielen Jahren. Begeistert halt immer mehr Menschen und das freut mich halt immer mehr und mehr. Ihr habt die Möglichkeit, mich bei JP Wonders zu verfolgen, bei adwegenmania.de könnt ihr mir folgen und auf, oder Pimmi, wegenmania, adwegen wie wie, so. Und bei YouTube natürlich auch, hier wo ich gerade das YouTube halt aus starte. Und bei Instagram, bei Twitter werdet ihr mich finden, also unter Luaus Forever, wenn ihr Bock habt. Auf jeden Fall freut mich das sehr. Jetzt haben wir schon sechs Minuten inne. Und ja, das liegt alles daran, weil es keinen Livestream gibt. Jetzt noch ein bisschen von meinem kleinen Hund noch ein bisschen Bilder. So, und dann werde ich mich auch schon von euch verabschieden. Ich freue mich auf jeden Fall. Lasst uns doch einfach nur einen geilen Sommer starten. So, da ist er auch und er ist auch kerngesund wie ich. So, und wir brauchen immer das Beste und das ist halt das, was aus Obst und Gemüse gepflanzt wird und reif wächst. Und das ist halt so das Wichtigste. Und deswegen wünsche ich euch und mir und euch und allen, die hier halt gerade zuschauen, einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr mehr wissen wollt im Endeffekt und denkt, was labert der hier und so weiter und so fort, warum ist der immer so gut gelaunt und so weiter. Ihr werdet sehen, ihr werdet es spüren, ihr werdet es merken. Ihr könnt mich auf jeden Fall, könntet mich auf jeden Fall mal kontaktieren. Würde mich mega freuen darüber. Hier bei YouTube könnt ihr, wenn ihr mir eine Nachricht schickt, im Endeffekt kontaktiere ich euch sofort. Würde mich mega freuen. Wir können zusammen was machen. Also ich bin hier aus dem Kölner Bereich. Wenn ihr Bock habt, im Endeffekt diesen Sommer euren Sommer gehen zu lassen und nicht hier, wie dieses Bildschirm hier anzeigt, schwarz, so, bei vielen ist ja die Welt so im Endeffekt. Alles so ungewiss in dem Sinne und leben halt auch nach diesem Motto, alles ungewiss. Alles ungewiss. Mein ganzes Leben ist ungewiss, dies ist ungewiss, alles ist ungewiss. Aber letztendlich, das was uns die Company bietet, ist im Endeffekt eigentlich nicht ein ungewisses Leben zu haben, sondern ein glückliches und erfülltes Leben zu haben. Und an euch zu wachsen und immer mehr und mehr an euch zu arbeiten. Deswegen ende ich jetzt das Video auch mit 8 Minuten 44. Ich wollte eigentlich mit 8, 8, 8, 8 enden, aber das geht leider nicht. Also 8, 44 ist eine richtig geile Zahl. Und 4, 4, 4, 4, 4 wäre auch cool gewesen. Naja, auf jeden Fall machen wir 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4. Deswegen noch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, habt ihr gestern Gedanken tanken oder wer war gestern bei der Gedanken tanken? Würde mich mega freuen, wenn ihr euch so ein bisschen, wenn ihr euch meldet und mir einen Kommentar zuschickt. Würde mich mega freuen. Ich schaue mir das gleich noch, den Beitrag von Obama an. Und es ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Networking ist das Geilste, was es gibt auf der Welt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute und bis dahin. Ciao.